This video is sponsored by Lingoda. Take online lessons with native speakers anytime you want, any day of the week, any hour of the day. Click the link in the description and take your language skills to the next level with Lingoda. Hallo Deutschlerner! Heute haben wir unsere dritte Grammatiklektion in dieser Serie. In dieser Lektion spreche ich über weitere unterordnende Konjunktionen. Dieses Mal sind es das, in dem, nach dem, obgleich, ob schon und obwohl, seit dem, solang, so oft, während und weil. Wie ich in der letzten Grammatiklektion gesagt habe, beeinflussen unterordnende Konjunktionen die Wortstellung. Wenn die Konjunktion im ersten Satzteil ist, stehen die konjugierten Verben von beiden Satzteilen in der Mitte des Satzes neben dem Komma. Die Wortstellung im Hauptsatz ist nicht beeinflusst, wenn die unterordnende Konjunktion im zweiten Satzteil steht. Die erste Konjunktion auf meiner Liste für heute ist das. Auf Englisch sagen wir that. Diese Konjunktion ist aber nicht mit dem Relativpronomen das zu verwechseln. Wenn man das verwendet, kann man es nicht durch diese oder welche ersetzen. Ich werde in der nächsten Grammatiklektion über Relativpronomen sprechen, deshalb werde ich keine Beispiele mit das zeigen. Im Englischen kann man that oft auslassen. Im Deutschen hingegen muss man das zwingend verwenden. Ich weiß, dass ich einen Flug ganz einfach online buchen kann. In der Nacht hört der Mann, dass seine Frau schnarcht. Dass der Räuber in den Knast geht, ist selbstverständlich. In dem gibt das direkte Mittel an, wie man etwas erreicht. Man kann diese Konjunktion mit whilst oder by übersetzen. Diese Konjunktion ist manchmal schwierig für Englischsprecher, da wir unsere Sätze oft nicht so formulieren würden. Man kann schneller einschlafen, indem man das Handy früher weglegt. Indem er nickt, gibt er seine Zustimmung. Mein Bruder macht sich unentbehrlich, indem er viele kleine Projekte durchführt. Das Gegenteil von bevor ist nachdem. Mit dieser Konjunktion drückt man aus, dass etwas schon passiert ist, bevor die zweite Handlung passiert. Nachdem er die Karten gekauft hat, treibt er das Geld von seinen Freunden ein. Wir essen zu Abend, nachdem wir uns die Hände gewaschen haben. Der Angestellte wird dir die Bordkarte geben, nachdem du ihm dein Gepäck gegeben hast. Seitdem ist nachdem sehr ähnlich. Während nachdem eine ungleichzeitige Zweierhandlung ausdrückt, drückt seitdem eine gleichzeitige Zweierhandlung aus. Das bedeutet, wenn man nachdem verwendet, können die zwei Satzteile nicht in derselben Zeitform stehen. Wenn man seitdem verwendet, können beide Satzteile in derselben Zeitform stehen, müssen sie aber nicht. Seitdem ich mein neues Auto gekauft habe, muss ich nur jede zweite Woche tanken. Seitdem der Bär aus der Kühlbox frisst, lässt er das Wohnmobil in Ruhe. Seitdem ich meinen neuen Job habe, bin ich glücklicher. Solange muss mit drei englischen Wörtern übersetzt werden. As long as. Diese Konjunktion beantwortet die Frage, wie lange. Der Gangster ist ganz nett, solange er sein Geld bekommt. Solange die Kinder schlafen, können die Eltern den Film Halloween sehen. Solange es gut schmeckt, ist es mir egal, welches Tier ich esse. Wer so lange auf die Frage, wie lange, antwortet, antwortet so oft auf die Frage, wie oft. Man kann so oft mit immer wenn austauschen. Zum Beispiel. Du kannst mich anrufen, so oft du willst. Du kannst mich anrufen, immer wenn du willst. So oft ich es versuchte, klappte es nie. Ich bereiste Europa, so oft ich konnte. Ich bereiste Europa, immer wenn ich konnte. Wenn zwei Ereignisse gleichzeitig passieren, verwendet man während. Die Konjunktion während drückt diese Gleichzeitigkeit aus. Ich habe diese Konjunktion schon in diesem Video verwendet. Wer so lange auf die Frage, wie lange, antwortet, antwortet so oft auf die Frage, wie oft. Während ich im Bad war, würde ich ausgeraubt. Während seine Mutter einkaufen gegangen ist, hat der fleißige Junge seine Hausaufgaben gemacht. Das Baby schreit ständig, während ich am Handy bin. In meinem Video über nebenordnende Konjunktionen habe ich über den gesprochen. Und in meinem anderen Video habe ich über da gesprochen. Es gibt auch weil. Diese drei Konjunktionen werden alle mit because ins Englische übersetzt. Während den eine nebenordnende Konjunktion ist, sind da und weil unterordnende Konjunktionen. Da wird häufiger am Anfang des Satzes verwendet, kann aber im ersten oder zweiten Satzteil verwendet werden. Da wird nicht so oft wie weil und denn verwendet, weil es gehoben klingt. Ich esse jeden Tag Eis, weil man jeden Tag zwei Portionen Milchprodukte haben sollte. Weil der Mann krank ist, bleibt er zu Hause. Ich habe mich krank gemeldet, weil ich ein YouTube-Video drehen wollte. Im letzten Video über unterordnende Konjunktionen habe ich über ob gesprochen. Mit ob drückt man aus, dass es zwei Optionen gibt. Ich weiß nicht, ob ich zur Party oder einfach nach Hause gehen sollte. Es gibt ein paar andere Konjunktionen, die mit ob beginnen. Es gibt obgleich, ob schon und obwohl. Auf Englisch sind sie alle although. Obwohl diese Wörter alle gleich verwendet werden können, verwende ich nur obwohl. Obgleich und ob schon sind veraltet oder gehoben. Obgleich hört man selten und ob schon hört man fast nie. Deshalb habe ich meine Beispielsätze mit obwohl geschrieben. Ich esse oft Broccoli, obwohl ich es nicht mag. Obwohl er keine Superkräfte hat, ist Batman der beste Superheld. Obwohl das Schild an der Tür geschlossen sagt, versuchen viele Leute die Tür zu öffnen. Es gibt wahrscheinlich ein paar unterordnende Konjunktionen, die ich nicht erklärt habe. Wenn ihr Fragen über Konjunktionen habt, solltet ihr sie in die Kommentare schreiben. Wenn ihr online Unterrichtsstunden über die deutsche Sprache sucht, solltet ihr den Lingoda-Link in der Beschreibung anklicken. Ihre Unterrichtsstunden sind die besten, die ich je gesehen habe. Vergesst nicht zu abonnieren, um kein Video zu verpassen und das Video zu liken. Wenn ihr das Skript dieses Videos und andere Videos auf Deutsch und Englisch wollt, könnt ihr sie und auch ein Arbeitsblatt dazu auf meiner Patreon-Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.